Hier sehen Sie die tolle Dekoration, was Matthias wieder gemacht hat. Wir haben heute das Motto Sylt. Heute gibt es alles ein bisschen mäßig Sylt. Und da werden wir schön feiern. Werden wir mal gucken, was es Leckeres gibt. Matthias hat uns einiges gezaubert. Und da freuen wir uns doch jetzt schon. Hallo, ich bin der Hubert. Heute ist meine Geburtstagsparty. Ich zeige euch ein bisschen Dekoration. Und werde euch dann noch ein paar Bilder mit dazu fügen. Dann ein weiteres seht ihr nachher. Ich wünsche euch viel Spaß. Und allen, allen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich habe um 17 Uhr geschaut, waren schon über 500. Ich danke euch allen für die lieben Glückwünsche. Und viel Spaß und das Beste für euch zurück. Vielen Dank. Wir haben Krabbencocktail. Wir haben normalen Nubelsalat. Wir haben scharfen Nubelsalat. Kartoffelsalat. Haben die weltbeste Currywurst. Mit der weltbesten Currywurstsoße. Mit der Currywurstsoße Sansibar von Sylt. Und die riecht. Die ist scharf. Und die riecht. Ich freue mich so riesig drauf. Und die haben wir natürlich im Thermomix zubereitet. Ach, der neue Thermomix. Der ist gestern heiß gelaufen. Matthias hat bis heute Nacht um 2 Uhr Thermomix, Thermomix, Thermomix. Und da sind unsere Currywürste. Und dann haben wir noch Röstzwiebeln dazu. Und nachher machen wir auch noch Pommes. In die Fridure. Wo machst du die? Also auf Hochdeutsch Fritteuse. Aber in Dibach sagen manche Leute Fridure. Ja, da freuen sie sich. Nicht so nah, sonst haben sie die Feichen. Also ihr Lieben, da ist der Rest von den Salaten. Und ich glaube, die ersten Gäste kommen hoch. Und nachher macht der Hubert bestimmt euch noch ein schönes Video, wenn ihr auch richtiges Ergebnis sehntut. Bis dahin, Adele. Ich bin jetzt so, wirst du singen. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag lieber Hubert. Und Bernd zum Geburtstag viel Glück. Wir trinken nur, wenn's nix kostet. Gabi, das wissen wir, oder? Aber hoch soll er leben auch noch, oder? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hubert und Bernd. Happy Birthday to you. Was willst du noch so machen? Gut geht mir's. Vielen Dank. Tschüss. Du musst aber keine Bunsen gehäten. Moment, 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 Moment. Scheiße sind die Dinger aus. Ja. Ausgebräunt. Oh, Thomas. Normalerweise hat der Matthias auch noch Eisschaum drum. Aber der Bunsenbrenner, der ist zu klein. Und der hätte es nicht geschafft, der Bunsenbrenner, das Wichsbunsen zu schaffen. Deswegen gibt es die Eisbombe heuer so. Das ist ausgefunselt. Im Film muss man es auch noch mal machen. Ja. Rebiet, zweite Gleit. Mach die Musik auf. Das Traumschild. Der hat es gerade laufen lassen. Muss bloß noch eine Gabel oder einen Löffel dazu. Sollen wir essen? Ja, zum Anschauen ist es nicht, Gabi. Oh, wo soll ich das hier essen? Hilfe, Polizei. Und? Und? Es gibt schon mehr. Was ist mit dem Musik? Okay. Und? 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.